Wir stehen hier heute im Freilichtmuseum Glockenhagen und bestaunen gleich das neue Highlight 2015, das 30er-Jahre-Mecklenburg-Panorama. Kommt mal einfach mit rein, wir gucken uns das mal an. Erstmal wird es duster. Und hier sehen wir, wie es damals war. Das Ganze kann man sich im 360-Grad-Panorama schön anschauen. Und hier haben wir schon die ersten Besucher. Wie gefällt Ihnen das denn hier, das neue Panorama? Hallo, es ist sehr schön zu sehen und es ist einfach interessant, die Leute zu sehen, wie sie früher, vor 80 Jahren, gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Und es ist halt schön, dass man das seinen Kindern auch selber nochmal per Bild hier vermitteln kann. Und der Kleine ist auch ganz rege hier, der Schiebundin Papa nehme ich an. Genau. Und als Geheimtipp für 2015, diese Ausstellung hier läuft bis Oktober 2015 natürlich. Wer das noch nicht gesehen hat und gar nicht das Freilichtmuseum Glockenhagen gesehen hat, der hat jetzt einen Grund zu kommen. Viel Spaß dabei. Vielen Dank.